Wie unabhängig agieren die wichtigsten Berater von Robert Habeck im Wirtschaftsministerium? So gibt es einen US-Investor, der über schier unendliche Mittel verfügt und dieses Geld in Deutschland und in ökosoziale Projekte und Sonstiges investiert. Die Situation gucken wir uns heute an. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, Abo dalassen, los geht's. Wir gucken direkt rein, du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Zitat hier bei der Bild, die wirklich in den letzten Tagen, gerade in dem Bereich, ordentliche investigative journalistische Arbeit geleistet hat. Mega Spenden gegen weniger Einfluss, Fragezeichen. Das ist ja alles erstmal so in Frage gestellt. Dieser US-Investor bezahlt Habecks Klimanetzwerk, heißt es hier. Und dann sehen wir hier ein Bild von 2015 mit natürlich, wer sollte es anders sein, Patrick Reichen, der heutige Staatssekretär und daneben der US-Amerikaner Hal Harvey, der nämlich hier baute ein globales Netz an Klimaorganisationen auf, wie es hier heißt. Und dann geht es hier richtig schön los, wie unabhängig agieren die wichtigsten Berater von Habeck im Ministerium, in der Klimapolitik, die Filz- und Amigo-Affäre. Wie nett, wie das jetzt auch verniedlicht wird. Amigo, Filz, Vetternwirtschaft. Ja, da gibt es ganz andere Begrifflichkeiten, die besser passen würden. Bislang im Mittelpunkt Habecks Staatssekretär, der im Ministerium und bei den wichtigsten Klimaorganisationen auf ein Familien- und Freunden-Netzwerk zurückgreifen kann. Ist auch gut ausgerückt, guckt euch meine alten Videos dazu an. Und der gerade versucht hat, seinem Trauzeugen einen hochdotierten Job zuzuschüßern, Bild berichtete, heißt es hier weiterhin. Doch noch eine zweite Frage, wie beim Berliner Politikbetrieb immer lauter gestellt wird. Wer steht eigentlich hinter Reichen und Co.? Und das ist wirklich eine spannende Frage. Und dann gehen wir mal vorweg hier unten auf diese interessante Grafik ein. Und dann sehen wir das deutsche Klimanetzwerk des US-Investors. Und dann sehen wir den Hal Harvey hier in der Mitte. Das ist der Präsident der Climate Imperative Foundation. Und er wiederum ein Förderer von Patrick Reichen, so wird es hier bezeichnet. Und der ist ja wiederum der ehemalige Chefsführer der Agora Energiewende. Und der ebenfalls gefördert wird von dem Hal Harvey, ist Bernhard Lorenz, der der Gründer von der Stiftung Klimaneutralität ist. Mit Initiator hier ebenfalls der Hal. Aber genauso auch der Rainer Barke. Der wiederum ist ja auch oder soll ja auch gewesen sein ein Förderer vom Herrn Greichen, wie man beim letzten Video ja auch gesehen hat und die Bild berichtet hat. Und hier nicht zu vergessen der Bernhard Lorenz, ebenfalls Mitbegründer der Energiewende von der Agora. Wisst ihr, Leute? Und hier interessanterweise habe ich ja ganz große, bin ich ein ganz großer Fan von so, Jürgen Resch mit der Deutschen Umwelthilfe, die ja für zahlreiche Fahrverbote gesorgt hat und auch andere dubiose Sachen durchgeboxt hat. Absoluter Wahnsinn. Und wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass ein amerikanischer Investor in Anführungsstrichen hintersteckt mit dem Hal Harvey, die nämlich hier die Climate Works Foundation gemacht haben, die wiederum die Deutsche Umwelthilfe unterstützen. Und wisst ihr, ich habe von der AfD, von Stefan Brandner beispielsweise oder auch von Beatrix von Storch auch die Videos gesehen, wie sie sich im Bundestag dazu geäußert haben und versucht haben, das mal ein bisschen darzustellen. Und da gab es dies hier noch gar nicht mit diesem Hal Harvey aus den USA kommt, sondern nur in Anführungsstrichen das mit Greichen seiner Schwester, seinem Bruder und allem drum und dran. Wisst ihr, da brennt einem doch der Kopf. Das ist ein Konstrukt, das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Ich kenne solche Konstrukte aus Firmenkonstrukten, wenn man irgendeinen Film guckt und dann heißt es, ja, die versuchen da über ein Holding und irgendwo im Steuerparadies, irgendwo auf den Azoren oder was weiß ich, sonst wo auf den Bahamas ihre Gelder zu verschleiern und dann gibt es nur Nummernkonten und sowas. So komme ich mir mittlerweile vor. Und es kann doch nicht sein, dass wir hier in Deutschland mit eines der Länder sind, wo wir am meisten Steuern, Sozialabgaben, alles drum und dran zahlen und dann sowas hier auch noch passiert. Wie ist es denn, wenn wir uns jetzt, das machen wir mal, das will ich euch zeigen, den Korruptionswahrnehmungsindex, das ist ja nur die Wahrnehmung, wie es dann wirklich aussieht, mag nochmal anders sein. Nichtsdestotrotz ist es ja interessant, dass Deutschland hier, ich sag mal, im geringeren Bereich ist. Wir sehen hier an dieser orangenen Farbe hier, da sind wir gering. Glaubt das einer von euch noch? Also ganz ehrlich, Leute, das haut doch hinten und vorne nicht mehr hin bei den Sachen, die wir alleine in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland mitbekommen haben. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass das in den Tiefen der verschiedenen Einrichtungen und Institutionen noch viel, viel dramatischer ist und habe das ja auch schon bei zahlreichen meiner anderen Videos zu diesen Thematiken gesagt. Wir wissen doch nicht viel. Das, was wir gerade rausbekommen, ist vielleicht so ein Fitzel, so eine Spitze des Eisbergs. Nur nicht mal der Eisberg, nur nicht mal die Spitze so komplett, sondern nur so eine kleine Abteilung davon. Das, was unten drunter liegt, ist noch viel, viel mehr. Und ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass noch mehr davon rauskommt. Wenn wir uns in dem Artikel hier nämlich auch nochmal dieses Konstrukt ansehen, welches ich gerade ja angesprochen hatte, sehen wir den Herrn Greichen hier nochmal mit seiner Familie, Verena Greichen und eben seinem Bruder, dem Jakob, hier im Öko-Institut tätig wiederum. Und dann auch hier der Rainer Barke, was ich gerade ja erzählt hatte, der Förderer war er ja, Regine Günther als ehemalige Umweltsenatorin von Berlin, den Direktoren jetzt hier im Stiftung Klimaneutralität da irgendwie verwandelt. Der Ehemann ist auch noch irgendwie mit dabei. Ja klar, wir haben ja Platz für alles, ja kein Problem. Michael Kellner wiederum ist verheiratet hier mit der Verena Greichen. Das kannst du dir alles lieber ausdenken. Hier oben drüber sitzt der Habeck und dann hier der Trauzeuge aus der Deutschen Energieagentur. Leute, 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 das schreibt kein Autor besser. Und wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie gefährlich wird dieser Skandal für den Minister Habeck? Man muss ja immer noch überlegen, das ist ja wirklich unser Vizekanzler. Also das alleine ist ja schon wirklich erschreckend, dass jemand in diesem Amt, so in seinem Amt halt als Minister, sowas zulässt und jetzt immer noch nicht die Reißleine gezogen hat. Das finde ich ja wirklich, ist das Krasseste an der ganzen Sache, selbst für den Herrn Greichen die Reißleine gezogen hat, zu sagen, okay, ich distanziere mich davon. Fehler wurden ja jetzt mittlerweile eingestanden von Habeck und auch von Greichen. Aber die Konsequenzen werden nicht gezogen. Was ist denn das für eine Aussage dann? Ja, nö, haben wir nicht so sorgfältig jetzt darüber nachgedacht, das so und so zu machen? Haben wir uns falsch verhalten? Ja, super. Soll ich das jetzt auch sagen, wenn ich ein Wange überfallen habe? Was für ein Quatsch? Also das haut ja hinten und vorne einfach nicht hin. Was ist dann mit der juristischen Aufarbeitung? Und da wünsche ich mir ganz ehrlich, ganz klar, einen Bundesjustizminister, Marco Buschmann, der am Star Wars Day, am 4. Mai, nicht ein Bild mit Gonku postet, den er fälschlicherweise nebenbei gesagt als Yoda bezeichnet hat. Also wenn man doch schon Fan von was ist, dann sollte man sich damit auch auskennen, nicht irgendeinen Schwachsinn posten. Aber peinlicher geht es doch wirklich nicht, oder? Ich hatte einen Post dazu gemacht bei Twitter, folgt mir da gerne. Ad Olli redet, heiße ich dort. Wisst ihr, das kannst du doch einfach nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Also, was soll man dazu denn noch sagen? Wie stehen wir denn in der Welt da? Das ist doch mehr als peinlich. Und nochmal, warum geht der Bundesjustizminister denn nicht hin und strebt Ermittlungen an? Ermittlungen, was dort im Hause Habeck wirklich abgeht. Ich wünsche ja nicht eine direkte Vorverurteilung und ähnliches, keine Frage. Das muss aber sauber aufbereitet und aufgearbeitet werden. Das möchte ich ganz klar haben. Auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was für Folgen, ob und welche das haben wird für Habeck und wird dadurch vielleicht auch das Heizungsverbot kippen? Schwierig, schwierig in der aktuellen Lage, in der aktuellen Situation, das zu entscheiden, weil wir wissen ja, dass sie es versuchen auszusitzen. Haben wir bei Anne Spiegel die zurückgetretene Ministerin im letzten Jahr noch mitbekommen oder Anfang dieses Jahres, das ist ja auch schon, nee, Ende letzten Jahres war es. Oder auch haben wir es mitbekommen, ehemalige Verteidigungsministerin in Deutschland, was der Pistorius jetzt übernommen hat. Und wenn man sich das überlegt, was ist das denn für eine Auslese? Was ist das für eine Auslese? Schon bereits zwei, die zurückgetreten sind. Der nächste steht schon mit einem Bein nicht mehr im Ministerium, sondern draußen. Oder er wird knipp und klar ganz fest dran halten. Vielleicht hat sich Habeck damit aber auch für 2025 jegliche Pläne als Kanzler komplett entledigt. Und jetzt will ich es gar nicht aussprechen, die Folge, dass, oh Gott, da fange ich so Baerbocken an, wenn ich an sie denke. Richtig, dafür würde dann tatsächlich jetzt Baerbock in den Startlöchern stehen. Würde bedeuten, Habeck wird nicht unbedingt zurücktreten, aber ruhiger treten, so nach dem Motto. Würde weiter Vizekanzler beispielsweise bleiben. Und man würde ganz klar die Wahlkampagne 2025 auf Baerbock auslegen. Weil sie hat halt den Vorteil, das muss man ganz klar sagen, wenn ich gerade ausholen darf, dass sie Außenministerin ist. Und Außenpolitik kümmern nicht so viel wie in Deutschland, die Themen. Man sieht das ja auch, klar, mit ihren verhaspelten Reden, mit ihren Aussagen, alles drum und dran. Die kommen zu uns, die bekommen wir mitgetragen, wenn sie natürlich in der einen oder in der anderen Richtung ganz extrem waren. Aber so Standardbesuche und ähnliches, wo sie sich dann auch wieder daneben benommen hat, mögen böse Zungen munkeln. Davon bekommen wir gar nicht so viel mit. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht so viele Fehler von ihr mitbekommt. Ja Freunde, jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt darauf. Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Danke dafür. Abonniert den Kanal unbedingt, wenn ihr hier neu seid. Herzlich willkommen an alle. Dementsprechend bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.